Draußen vom Bierzelt hakte sie sich bei mir ein und wir sind Richtung Bahnhof losgewandt. Wir waren so erschöpft vom Schunkeln und vom Schrein und hatten beide ganz schön was getankt. Sie warte kaum Distanz, ich tanzte Eiertanz, sie wollte mit mir nach Hause gehen. Doch dann vor ihrer Tür blieb ich nach langem Zögern stehen. Das Tor war groß und ich stand frei, ich rannte los und schoss vorbei. Wie kann man bloß so dämlich sein? Googelt ruhig mal alle Chancen tot und zieht euch dann die Bilder von mir rein. Es war im Januar und es war bitterkalt und sie lud ein zu ihrem biegenfest. Ich war bis über beide Ohren in sie verknallt und wollte glänzen als ihr Special Gast. Die Mühe lohnte sich, sie lehnte sich an mich, als sie so an meinen Lippen hing. Ich dachte, geht da was, bevor ich dann nach Hause ging. Das Tor war groß und ich stand frei, ich rannte los und schoss vorbei. Wie kann man bloß so dämlich sein? Googelt ruhig mal alle Chancen tot und zieht euch dann die Bilder von mir rein. Und alle sehen mich fragend an, wie man denn den nicht machen kann. Ihr müsst verstehen, das muss so sein. Denn so ein richtig echter Chancen tot kriegt selbst den größten Hoffnung. Das Tor war groß und ich stand frei, ich rannte los und schoss vorbei. Wie kann man bloß so dämlich sein? Googelt ruhig mal alle Chancen tot und zieht euch dann die Bilder von mir rein. Chancen tot, schon seit dem Kindergarten, schon lässt das Glück auf sich walten. Chancen tot, denn ich bin nur gehemmt, schon im entscheidenden Moment. Beim süßen Disskoppelchen, schon und beim Disskalermädchen, da hab ich's weit gebracht und letztlich alles falsch gemacht. Chancen tot, Chancen tot, Chancen tot, Chancen tot. Chancen tot, Chancen tot, Chancen tot. Chancen tot, Chancen tot.